ich zeig dir heute wie du 100 prozent rabatt bekommst bei amazon und wie versprochen im ersten video von der serie in dieser mini serie habe ich mir für einen rabatt von 81 prozent habe ich mir diese karte bestellt und da prüfen wir jetzt ganz schnell mal die qualität umschlag sieht sehr gut aus sauber wie ich das beurteilen kann gut verarbeitet hier die karte von vorne und wenn man sie dann aufmacht sieht auch sehr gut aus kann nicht meckern 81 prozent der geschenkte wird sich freuen also wir sehen uns jetzt nochmal auf meinen ja nochmal wir sehen uns jetzt gleich auf meinem laptop und dann zeige ich dir meine auszahlungen die ich bekommen habe und noch weitere rabatte die ich mir gesichert habe unter anderem auch 100 prozent nach dem intro geht es weiter ja wie schon gesagt geht es hier um tiger deals und das möchte ich euch erst einmal zeigen dass sie auch tatsächlich auszahlen dafür melde ich mich einmal hier beim online banking an jetzt ist hier natürlich eine ganze menge verpixelt ist ja klar ich denke das brauche ich nicht erklären geht ja auch eigentlich nur darum dass ich euch einmal kurz zeige dass denn tiger deals tatsächlich auszahlt wenn man denn dieses cashback system nimmt anstatt ich habe einen coupon das darf sich wahrscheinlich der produktgeber selber aussuchen auf den moment ich muss jetzt nur die auszahlung schnell suchen ist schon ein bisschen mehr da ist es 46 ausbezahlt so wie ihr gesehen habt mit der auszahlung das klappt ja wunderbar und jetzt möchte ich euch noch mal zeigen wie man sich hier so ein 100 prozent rabatt sichern kann so geht man hier auf deals da kann man natürlich ist aber ein prozent eingeben und dann gibt es hier ganz viele sachen die sind morgen wieder verfügbar ich bin natürlich nicht der einzige der hier sich so eine deals sichert so 100 prozent auf seine handgelenkbandagen zum beispiel ja dann geht es ja auch schon was mit dem 95 prozent dann holen wir uns einfach die premium handgelenkbandagen für sportler dazu klicken wir hier auf deal sichern und dann auf jetzt cashback dir sichern glückwunsch so du sparst bitte gib die bestellnummer ein und lade ein foto der bestellung hoch einmal geht das so und einmal geht es über einen coupon hier steht es steht übrigens oben drüber cashback und hier coupon also zum beispiel diverse handy höhen könnte man jetzt als coupon nehmen nehmen wir einfach die hier nehmen wir hier sichern wieder ganz normal und jetzt haben wir hier den coupon code kopieren und weg dazu amazon genau das ist das produkt und dann klicken wir hier auf in den einkaufswagen und zur kasse gehen und dann gibt man hier den coupon ein auf einlösen und hier die zauberei 100 prozent willkommen mal 0 jetzt kaufen und am 30 märz bekomme ich meine meine handy schutzhülle für 0 euro nur mal um zu zeigen was ich mir noch alles geholt habe ganz stark rabattiert hier sogar 0 euro die kollegen haben die kollegen haben sich gefreut ja okay ja wie ihr gesehen habt das so ganz easy hier 100 prozent rabatt rauszuholen also man kann hier ganz drastisch sparen tiger deals wunderbar kann man echt nicht meckern gibt zwar verrückte produkte oder rotige artikel und irgendwelche tabletten aber es gibt auch ständig hochwertige produkte die auch für jeden also hier findet jeder was mit der zeit ich kann gar nicht meckern vor allem das mit dem rabattcode das geht super schnell habt ihr gerade gesehen eine andere möglichkeit ist noch dass du erstmal das geld erstmal ganz normal bezahlst und das geld dann später zurück bekommst habt ihr ja gesehen in der auszahlung funktioniert einwandfrei also 5 von 5 sterne für tiger deals der link ist hier unter dem video anmelden sparen bis zum nächsten video leute und vergesst nicht zu abonnieren bis demnächst bis zum nächsten video leute bis zum nächsten video 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 Bis zum nächsten Mal.